Für alle, die jetzt erst einschalten, wir haben eine Sondermeldung aus Washington. Ich wiederhole, das ist ein live Geräte. Es gab eine Explosion. Absolut schockierend. Einige unbestätigte Berichte über eine Explosion. Ein Abwägungsmanöver, das. Nachrichtenabschluss! Die Behörden suchen nach dem Wer, dem Was oder dem Warum. Was zum Teufel passiert da? Los, los, los! Die Lage hat sich komplett verändert. Kann mir irgendjemand was sagen? Wie viel Zeit habe ich noch? Los, los, los! Los, los, los! 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 Die Ewigkeit kann ein Fluch sein. Die Verluste, die sie erleiden mussten.